Heute ist es mal wieder soweit, wir schauen mal wieder in mein Depot rein und ich zeige euch heute meine monatliche Investition aus dem Monat Oktober 2021 natürlich. Los geht's wie immer direkt nach dem Intro, viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal wieder ein weiterer Blick ins Depot, ich zeige euch heute meine monatliche Investition, meinen aktuellen Bestand und noch so ein bisschen mal die Performance der letzten Tage. Wir haben jetzt so knapp Mitte des Monats und deswegen gucken wir auch mal eben so gleich auf die Performance. Bis jetzt wirklich sehr gut gelaufen der Monat, da kann ich mich nicht beschweren, was natürlich hauptsächlich an den Kryptos lag. Wir können ja mal gucken, aktuell kratzt mein Depot am Alltime High tatsächlich. Wenn ich das hier mal euch zeigen darf, dann sieht man hier, dass mein Depot jetzt aktuell bei knapp 79.100 Euro ist. Spitzenwert war jetzt 79.500, also schon ganz gut. Und im aktuellen Monat, ihr seht nochmal hier übrigens, ich gehe mal eben nach hier, nochmal hier in grün wieder die Aktien, in blau die ETFs, die in diesem Jahr wirklich sehr gut wachsen. Denn wenn wir mal hier nochmal eben gucken, in den Beständen, dann sehen wir hier auch mittlerweile, dass der MSCI World, der Edge MSCI World Momentum Faktor hier mittlerweile meine zweitgrößte Position ist, wenn wir jetzt mal das Verrechnungskonto rausnehmen. Das ist, finde ich, eine richtig krasse Sache und da freue ich mich sehr drüber. Und ihr seht auch hier schon meine anderen ETF, Nasdaq 100, Developed Market Property Yield, Spider, US David and Aristocrats, sind mittlerweile wirklich Summen drin, die auch schon, wo man sagen kann, yo, das sind schon schöne Investitionen. Hier von 3.100 bis 2.800 sind die jetzt schon pro ETF. Da bin ich auf jeden Fall sehr mit zufrieden. Und der neue ETF, der dümpelt hier unten irgendwo rum, wo ist er denn? Der iShares MSCI Emerging Markets Asia, der ist hier mit. Da sind auch immerhin schon 844 Euro drin. Krass, so schnell geht das auf jeden Fall. Bin ich ganz happy mit auf jeden Fall. Ist eine coole Sache. Gucken wir mal in die Performance rein. Und da seht ihr hier, wenn ich jetzt mal hier auf aktuelle Monat klicke, dass es aktuell ganz gut läuft. Bei den Aktien bin ich im Moment 1,1% vorne. Bei ETFs stand jetzt 12.10. abends, spätabends 154 Euro vor. Und das macht 0,9% vor. Bei den Kryptos aktuell 19,7%. Das sind 1.100 Euro. Das ist mal heftig. Und insgesamt sind wir das so mit 2,3%, 2,34%. Und das macht 1.810 Euro im Delta aus. Also im Plus einfach. Ich bin jetzt 1.800 Euro, wenn man so will, auf dem Papier im Plus. Natürlich kann ich mir nichts von kaufen. Und das kann sich natürlich jederzeit ändern. Aber nichtsdestotrotz ist das aktuell wirklich eine schöne Entwicklung. Und wenn man dann direkt mal hier in die Investitionen reinschauen, dann sehen wir hier, dass sich so viel gar nicht geändert hat in diesem Monat. Bei den Aktien-Sparplänen hat sich nichts geändert. In Carvis, Cisco, Intel, McDonalds, Activision Blizzard, Unilever und Pepsi sind nach wie vor drin. Mit einer kleinen Summe. Das sind ja nur 175 Euro, sage ich jetzt mal. Diese, das habe ich ja einigermaßen zusammengeschmolzen. Das waren ja mal über 10 Aktien. Und auch noch mal etwas größeren Sparsumme. Aktuell bin ich ja so ein bisschen in diesem Jahr auf dem ETF-Trip. Deswegen haben wir hier den Nasdaq 100. Ist bei der US-Divided Aristocrats. Edge MSCI World Momentum Factor, der jetzt bei mir schon auf Platz 2 ist. Der Developed Market Property Yield ETF. Die Emerging Markets Asia. Jeweils mit 200 Euro. Also so mit 1.000 Euro auf ETFs bespart. Dann haben wir nochmal Kryptos, wie immer mit 100 Euro dabei. Und dann meine beiden Einzelkäufe für mein, ich sage jetzt mal, quantitatives Trend-Depot. Da muss ich mir doch immer noch einen guten Namen ausdenken. Da haben wir ja Eckart und Ziegler und Basler im letzten Monat ausgesucht. Die habe ich mir jetzt dann auch Anfang des Monats reingelegt. Hier war jetzt nicht der allerbeste Zeitpunkt, aber auch nicht der allerschlechtste Zeitpunkt. Und somit sind das 2.275 Euro gewesen in diesem Monat. Ich will ja in diesem Jahr 25.000 Euro investieren. Und somit wären dann irgendwie 2.083, 2.100 Euro so der Durchschnitt. Also bin ich minimal über dem Durchschnitt gewesen und liege aktuell wirklich gut im Plan. Und bin da wirklich sehr happy, dass das jetzt auch im Oktober ganz gut funktioniert hat. Und wenn wir dann hier in die Anlagenkategorien reinschauen, dann sehen wir hier, dass das mit den ETFs in diesem Jahr wunderbar geklappt hat. 21% jetzt fast bei den ETFs. 8,9% bei den Kryptos. Ja, fast 10% Barvermögen. Da habe ich auch ein bisschen was reingepackt wieder. Und 60%. Also die Einzelaktien werden wir noch unter 60% auf jeden Fall bekommen in diesem Jahr. So sieht das aus aktuell bei mir im Depot. Und in diesem Monat werden wir natürlich auch wieder 2 Aktien für unser neues Trend-Depot auswählen. Hier wollen wir mal den quantitativen Ansatz von Investorio hier wirklich im Depot auch testen. Und da werde ich mir auch diesen Monat wieder 2 Aktien aussuchen. Aktuell sind das ja Eckart und Ziegler und Basler gewesen aus dem CEDAX. Und so sieht das aktuell aus. Also das ist natürlich auch Teil dann meines Gesamt-Depots. Es geht hier in meine Gesamtrendite mit rein. Aber auch genauso wie das Wachstums-Depot, was wir noch haben, was ja auch nach wie vor noch vor sich hinläuft. Und das, die grüne hier, das sieht man hier, dann kann man ein bisschen ranzoomen, dann wird es noch ein bisschen besser sichtbar. Und das grüne ist dann mein Haupt-Depot hier auf jeden Fall. Das wird noch ganz spannend sein zu beobachten. Ich bin mal gespannt, dann welche dieser drei Ansätze in Zukunft langfristig am besten performen wird. Da muss ich aber wie gesagt noch ein bisschen noch eine bessere Lösung finden. Wenn ihr da Vorschläge zu habt, dann schreibt mir das mal gerne. Weil man kann das zwar hier trennen, jetzt in der Ansicht, aber man kann das hier nicht trennen zum Beispiel. Und das finde ich ein bisschen unnübersichtlich mittlerweile, dass man hier so krass viele Aktien halt in einer Liste hat, dass man hier schon so scrollen muss. Wenn ihr dann eine Möglichkeit seht, wie man das machen kann, dann sagt man das gerne mal über den Filter. Glaube ich, geht das nicht. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ohne, dass ich das jetzt vielleicht doch in eine komplett neue Datei schreiben müsste, würde ich ungern machen. Weil im Endeffekt ist es ja trotzdem ein komplettes Depot. Also es ist ja trotzdem meine Anlage. Und das hätte ich schon gerne irgendwie zusammengehalten. Bin ich mal gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr in diesem Monat gekauft habt. Was ihr noch vielleicht kaufen wollt. Ob ihr vielleicht auch bei Alibaba und Tencent schon schwach geworden seid. Bei mir war es jetzt fast so weit. Ich hatte schon fast den Kaufenknopf gedrückt bei 124 Euro bei Alibaba. Habe es dann aber doch nicht gemacht. Und aktuell, Stand jetzt, sieht das schon wieder so aus, als wenn die Aktie nach oben geht. Wir haben ja jetzt, glaube ich, heute starten wir 140 Euro oder so. Jawohl, 141 Euro sogar schon. Aber bin ich jetzt noch nicht schwach geworden. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.